Wie hat es Ihnen gefallen? Der Einstieg ist sehr spannend. Das fand ich sehr berührend. Klar, es ist Hans und Gretel. Es ist ja nicht so ein einfaches Märchen. Aber es ist sehr schön bis jetzt. Ich bin total fasziniert von diesen Kinderliedern. Mir gefällt es sehr gut. Ich kenne diese Märchenoper. Ich habe sie schon mal gesehen. Ich bin total fasziniert von diesen Kinderliedern. Auch von der ganzen Gestaltung. Mir gefällt es sehr gut. Ich fand es schön. Aber man versteht nicht alles, weil die so hoch singen. Es ist ja ein bisschen anders gespielt. Deswegen weiß ich nicht ganz, wie es weitergeht. Aber so ungefähr, ja. Dankeschön. Es ist gut gemacht. Vor allem der Musiker. Gutes Bühnenbild. Ich finde es auch toll hier. Die ganze Atmosphäre in diesem Saal. Das ist schon sehr schön. Es ist immer total schön zu sehen, wenn mit dem Bühnenbild gespielt wird. Gerade in der Oper tendenziell immer gerne alles sehr blanko gehalten wird. Ich finde, man kann einfach so viel Szene bauen durch das Bühnenbild. Es ist sehr schön gelungen hier. Es gefällt mir sehr gut. Auch mit dem Orchester im Hintergrund. Es ist sehr schön. Es gefällt uns insbesondere deswegen gut, weil unsere Kinder mitwirken. Deswegen sind wir heute auch hier und freuen uns, dass wir es mitfolgen können. Das Konzert finde ich auch sehr schön. Es ist ein Orchester im Hintergrund. Es ist alles sehr schön. Ich finde es auch sehr schön, dass man die Kinderlieder den Erwachsenen mal wieder ins Gedächtnis bringt. Ich meine, man kennt die ja, die Lieder. Und ich finde es toll einfach. Und dass man auch die Kinder jetzt integriert. Es war vom Zeitpunkt her ein bisschen spät. Also man hat es ja vorhin doch gesehen, dass einige Mühe hatten, dann wieder aufzustehen. Aber ich finde es klasse, wie das gemacht wird. Ich finde es nur schade, dass es doch nicht mehr noch aufgenommen wurde. Und dass doch viele Stühle nicht besetzt sind. Vielleicht hätte man dann noch mehr Werbung machen müssen. Kann ich mir jetzt kein Urteil erlauben, wie das drauf ist. Es hat uns sehr gut gefallen bis jetzt, ja. Dieser Traum mit den Engeln und das war doch schön. Es ist eben schade, dass so wenig Anwesende dabei sind, ne. Also bis jetzt sehr gut. Ich finde die Stimmung sehr gut, die Schauspieler und Leistungen sehr gut. Und wie das so dargestellt wird auf der Bühne auch sehr, sehr gut. Also mir gefällt es sehr gut bis jetzt. Die Traumszene zum Beispiel mit den Engeln und wie dann die Eltern auf die Bühne kommen und die Kinder dann so die Eltern umarmen und so. Das fand ich sehr berührend. Die Traumszene zum Beispiel mit den Jahren Die Traumszene zum Beispiel mit den Engeln und Wallen. Und als Freunde, die Kinder dann so die letzten Jahren Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020